Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.J. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, was ich aus einer Kiste bekommen habe. Und zwar heißt das Essgeschirr des Ewigen Palasts. Und das bekommen wir einmal hier in Nasjatar aus verschiedenen Kisten raus. Und zwar heißen die Arcane Kiste und die können wir hier überall im Gebiet einmal looten. Ich habe die gerade hier für ein Achievement aufgemacht. Und zwar gibt es ein Achievement, wo wir insgesamt 20 Arcane Kisten und leuchtende Arcane Kisten aufmachen müssen. Und aus dem habe ich quasi einmal hier dieses Toy bekommen. Meine Kiste war genau hier in der Ecke auf den Koordinaten 34, 40. Ich habe es aber jetzt gerade mal nachgelesen und zwar kann die in jeder Arcane Kiste drin sein. Heißt einfach ein bisschen die Augen aufhalten. Ich werde euch dann auch nochmal in die Infobox die Koordinaten von den Kisten reinbasteln. Und dann könnt ihr quasi auch, so wie ich, einmal hier ein bisschen lang fliegen und dementsprechend die Kisten aufmachen. Und ja, wenn ihr ein bisschen Glück habt, auch das Toy rausziehen. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einmal an. Und zwar lernen wir das Essgeschirr einmal. Und dann, was macht das? Hier trifft Vorbereitungen für das Abendessen. Und ich habe keine Ahnung, was das macht. Haben wir jetzt Messer und Gabel in der Hand? Schaut euch das an. Ich habe ein riesiges Messer und eine riesige Gabel in der Hand. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Das Ganze bleibt hier 16 Minuten drin. Und wenn ich jetzt die Waffen ziehen mache. Okay, ich kann keine Waffe ziehen. Das geht leider nicht. Okay, schade. Sieht aber nicht schlecht aus. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.